Hallo Leute herzlich willkommen wieder beim zweiten Kapitel von One Piece Pirate Warriors 3 und ja letzte Folge haben wir ein bisschen von Zorro gesichert bekommen ich weiß was das ist also auf dieser Karte bin ich 33% eine Legende so jetzt machen wir Rufi gegen Vagi der Clown ich habe letztes Video bemerkt ich war Ton war zu laut und meine Stimme war ein bisschen zu leise ja was ist das okay was ist die berry shop move the okay zu kaufen okay schauen wir mal also das Film gekauft was haben wir Musik Sonstige also solche Dinge okay kommen wir alle bis wir Geld haben ist nicht sinnvoll jetzt Musik will ich überhaupt nicht Sonstige 30.000 Euro ich mach lieber Mut so Schwierige nö lassen wir einfach nochmal Händweise Crew Level ok ah kann ich noch nicht Fähigkeit Posten Anzeigen also Charakter Posten also haben wir nicht viel wie ihr seht nur ein Hallo was haben wir noch der Schatz ok also in dieser was muss man ja finden glaube ich Legendea Buggy Alciva sollte sein ok und weitermachen wir oh dieser Tutorling hat mir auch Pisse langsam ah Bellwachtturm wenn die Charakter dir auf die Bellwachttur der Charakter austauschen will aufzulevel das höchste Modul Level entspricht das Level der Stärke der Charakter ok du kannst auch der Bildschirmkampf vorbereitungen und den eigenen Kampfen Bellwachtstürmer einlegen das das Level der Charakter zu erhöhen ist eine Möglichkeit eine Schwede Äpfel abzuschließen ok 1. 3. also wie sie ich kann auch mit an Kumpelspiel aber er kann nicht in andere sein Zimmer sein nur er muss bei mir sein so kann wir zusammen spielen aber Segel setzen wäre Wachtturm achso hier brauchen wir 5. Level und Mütze erwerben also ich bin stärker geworden ein bisschen vom letzten und machen wir einmal Rufi und ich bin Kapitän 1 Episal 1 Rufi G Versus So Leute, ich will euch noch was sagen, äh, sagt mir ja, ob solltet ihr mal den Anfach vorlesen oder einfach lassen, aber die Texte, welche ich finde, sind wichtig, wenn du vorlesen, welche nicht, hatte ich ja bemerkt, bei Kobi letztes Video habe ich nix. Bei letztem Video, bei wo wir dieses scharpe Schatz gefunden haben, war ein kurzes Video wegen Kobi. Da war es, dass, dass Kobi wollte als Soldat werden, Marine Offizier, also Soldat. Nur um das, warum, das war, finde ich, nicht so wichtig, was wir haben nicht heute gelesen. Und dadurch wird er immer diese große Texte anlassen, die Geschichte. Nur die Texte, wenn wir den Film oder sowas. Das Problem ist, dass Nami mit Bagi zu gehen. Rufi hat das, dass Nami den Anleitung der Bagi-Eich-Mini-Ga-Senkü-Senkü-Senkü-Senkü-Senkü-Senkü. Jo. Äh, in diese Garso habe sich die Piraten eingerichtet, eingerichtet oder so. Und was willst du da anstellen? Äh, das, das siehst du dann, wie wir anstellen. Wow, was machst du denn da? Du bringst die Karte zurück. Ver... Ver... Verlässt du deinen Boss? Und jetzt willst du auch noch meine Crew? Bist du ne... Wacht... Was? Wurst? Bist du ein Wurst? Wucht. Wucht. Die Piraten sind solche einfach spielend. Den Schatz werde ich rück... 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 einkassiert... haben. Ja... Na... Okina... Mach deinen alten Boss mit dem Baggi-Ball platt. Und schwöre mit eigenen Treue... Ich soll ihn umbringen, aber ich bin nicht Frau Lass und sie wollen defallen. Mach ihn alle! Das kommt davon, dass du mich mit Piraten einlässt, obwohl dir der Mum fehlt. Einfach jemand umbringen zu können, ist das nicht der Mum, den man als Piraten braucht? Na, der Mum, dein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen? Was soll das denn? Wieder Nami. Hüpfst du mir jetzt doch? Noch? Oder was? Bölt dir nichts ein. Das war ein Reflex. Ich habe keine Lust mehr, mich auf Piratenspielen einsetzen lassen. Die Piraten haben nur jemanden Wichtigen genommen, so wie die will ich niemals werden. Langsam hast du und genug verarschen Mädchen. Zur Höhle mit dir in Lunde brennt ist noch. So viel Geld gegen eine Mädchen? So viel Geld gegen eine Mädchen? So viel Geld gegen eine Mädchen? Ich habe dir kein Interesse! Ich habe der Kopfjäger an den Nagel gehängt. Ich habe sehr wohl Interesse, dich zu erledigen. Das wird mir jede Menge Respekt verschaufen. Werdest du dich nicht anstrengen, werdest du blütig nicht. Was für ein Schwächling. Ist ihr irgendwas witziges? Gib mir Bässe schon bevor du kriegst. Das ist die Teufelfrucht, die ich gegessen habe. Lauf Zoro. Alles klar. Warte, was hast du denn vor? Lauf Zoro. Los, zuck an. Was ist das? Zoro. So, jetzt. So habe ich die letzte Folge vergessen, was Teufelfrüchte ist. Wer nicht weiß, Teufelfrüchte sind eine Früchte, welche gibt irgendwelche Macht. Raffi ist ein Gummimensch und Baggi kann sich jederzeit trennen. Also gegen Schwerte ist wertlos. Aber Kugel kann ihn Schatten machen, glaube ich. Ich vermute ich. Und Raffi kann die Schwerte machen, aber Kugel nicht. Zur Gegendkeit von Baggi, das sage ich so. Aber wenn jemand diese Teufelfrüchte isst, dann kann er verlernt schwimmen. Also kann nicht mehr schwimmen. Der Trinkensucher bekommt Berührung mit Wasser. Er ist automatisch kraftlos und hat keine Kraft mehr. Warte. Armee irgendwo. Okay. Dorfbewohner habe ich sogar. Gut zu wissen. Das haben wir gar nichts. Ja. Okay. So. Ja. Empfohlen. 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 Okay. So. Jetzt. Und. Kampf. Abfohlen. Abfohlen. Niederlage. Jetzt. Fliegt. Fliegt. Okay. Bessig Baggi. Also. Das ist 2. Okay. Dann bringen wir. O.MITZEN. Erwerben. Huh. Komplett. Okay. Okay. Ah. Ich bin zu. Okay. Dann fangen wir an zu kämpfen. Alle Asutoro und Nami kämpfen mit uns. So. Mission beginnt. So toll. Achso, das sind so Schlachtfelder, welche muss man erobern. Wenn man weiter Probleme hat. Wenn die Asutoro und die Rappen sind sehr stark. So. 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 Und der Gegner, die Fahnen kannst du dir gehen over bedeuten. Oh, okay, du wirst die Info. Wenn alle was. Loll. 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 So, keep some of us. Yo. Alter, wieso kommt es auch wieder? Ah, von oben nach oben kommen wir. Okay, gehen wir nach oben? Oder versuchen wir. Die zwei müssen wir erobern? Und... Loll. Nice. Okay, wir schwenden einfach. Hi Army, wie geht's? Ja, toll. Nein, was mache ich? So, jetzt. LOL. Alter. So, Vernichtung habe ich noch mal da. Der da muss ich schicken. Drei Schwert. Loll. Aber zwei in Schale. Aber zwei in Schale. Das haben wir schon durch. Ja. So, jetzt muss ich allein. Ich... Ich hoffe, die schaffen sie schon noch allein. Ich gehe in diese andere... Ziele. Ich hoffe, die schaffen sie schon noch allein. Ich gehe in die Schale. Ich gehe in diese Schale. Ich gehe in die Schale. Ich habe dich gesucht, Raffi. Lange nicht gesehen. Du hast mich doch nicht etwas vergessen, oder? Wer bist du eigentlich von Buggy, Leute? Ich bin nur mit ihm mit, um dich zu finden. Wenn du mich beeindruckt willst, musst du ihn besiegenen. Was soll das heißen? Ich kenne dich niemals. Du erinnerst dich wirklich nicht? Dann musst du deinen Erinnerung-Wolf etwas auffrischen. Also, das war ALDIRO. Äh, wieso kämpfen? Okay. Wie soll ich beginnen? LOL! Held-Power, okay? Während der Kopf ist, kann die Kümmel-Wolf manchmal ein Held werden und die Kaisunisse ein Held werden müssen. Okay. Moment, Moment! Held-Wolf-Gesang. Held-Wolf-Gesang. So, Leute. Das tut mir leid, aber wurde angerufen. Geschäfte, geschäftliche Sachen. Power-Night, okay. Das ist in D, hier Loll Wow, naja der Coeur Haha, das ist doch Oh, okay. Ich muss den Ende aufhalten, glaube ich. Also, allwieder. Wo ist die? Das war sehr starke Leistung. Was ist die? Oh, meine Wiese. Sterb, allwieder. Okay, Mission L. Ladies ist fröhlich. Einer läuft da lang. Muss ich schauen. Vielleicht müsste ich den bisschen helfen haben. Komm, Nami, schneller. Ja. Also, da. Yay, ich bin ein Leverer. Ich bin ein Leverer. Ja, ich bin ein Leverer. 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 Oh, jetzt ist es los. Statt der Katten noch, ich eine Schütze einstecke. Ich kann mich in Endeffekt also nicht beschweren. Nami, rück mein Schatz wieder zu mir raus. Felt gibt es, der gehört jetzt mir. Ach ja? Ja. Also, profizierte Piratenbib habe ich durch einen Piraten gestohlen, also ist alles meins. Was? Spinnst du? Das ist immer noch Diebstahl. Was für eine Welt liebst du eigentlich? Fass dich mal an die eigene Nase. Du bist doch kein Dusbesser. Ich lass mir von dir nicht sagen, du bist nicht weiter als ein Pirat. Das ist also das letzte Wort. Okay. Denk lieber noch darüber nach. Okay, das habe ich schon. Loll. Mission. Take in. Das ist alles. Oh ja. Das habe ich auch gemacht. Loll. Was ist da passiert? Ich muss viel erleben. Genau. So. Achso, da kommen die in meine Armee. Ja, genau. So nice, finde ich. Go. So, jetzt. Ja, voll. Ja, voll. Wo ist der? Ah, da ist der Antrieb. Ja, hab ich gewonnen. Ja, hab ich gewonnen. Na ja. Das ist toll. Okay. Was ist die Dazunde? Die nächste bitte, ihr habt keinen bock mehr, habt euch, das ist zu. Also muss ich die Aldiwa besegen kurz, die Alarm sind mehr Vorsprung an sich, soll besiegen mit dem Baki Coop. Mua? Okay. 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 Loll. Einer ist dort. Oh, 50. Jaja, nicht schlecht. Was ist die Aldiwa hier? Oh my god. Oh my god. Oh, ein Schlag. Jetzt. Mitte halten. HAPPEN! Bis ich hier jetzt bargain. Das mache ich gleich, das schickt die ganze Armee. Ich muss jetzt schnell handeln, bevor das ganze Gebiet wird. ... ... ... ... ... Das war's für heute. Loll, geil, Attacke, ruhig dich, nächster Gegner, also gut haben wir so, wir gewonnen wollen, muss ich sagen, da musste ich nach oben Oh, ja, gleich gewinnen wir aber schon, wenn ich nur alle Pferde Woah, lol Jetzt muss ich zu buggen, also, da ich spiele Du... du ledige Gummkerl, du musst nur was Du willst, dieser Stromgut erinnert mich an einen rotheiligen Miskler, das heißt du schenkst Habe ich nur deine Aufmerksamkeit? Wir waren eines auf der gleichen Ship angeheuert als sozusagen alte Pirat-Kollegen. Shanks ist ein guter Mann und jemand wie du war nie gleich glücklich. Ich finde... ich finde ich schwer zu glauben. Okay. Spezialangriff der Bossgegner. Bossgegner setzt einen Kampf normal für eine mächtige Spezialangriff ein. Perfektisch in diesem Fall schnell ausreichbar. Okay. Okay. . 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 Oh, oh! Die Baki-Memphis! Ok! oh man, wo bist du? jetzt, oder nie hab ich den Schaden abgesucht? ja wohl, irgendwie passiert Die ist wirklich nice, finde ich, dieses Spiel. To be continued. Ja, wieder das Glitcher. Okay, aber. So. Yeah, Level Up. Freue mich. Nur 1, okay. Okay. Yay. Yay. Ah, okay. Nur. So. 10 minutes, okay. Level Up. Nice. Wenn ich meine Backe behalten. Yay. Ich kann die Aldiva behalten, okay. So. Weiter. Was haben wir noch? Oh. Ja. Ich will. Nüchter. Komplett. Nice, finde ich. Ich will nicht. Ich will nicht. Er lege seinundert in einzigen Kampf als Raffi. Okay. Territor Pirant. Annianz, okay. Oh. Haben wir unsicht Golle gewohnt. Buggies, ok, ich kann jetzt Buggies benutzen Neu für neue Galerie Neue G-Stände Also, erste Kapitel haben wir fertig Jetzt Kampf gegen Captain Black Das Super Hinner Also Leute, das war diese Folge Und wir sehen uns nächstes Mal Bis... Bis... Oh ja, vergessen nicht bewerten Das würde mich sehr freuen Und bis nächstes Mal Ciao